Ja, müssen wir ja, wir müssen ja, also ich ziehe ja demnächst um, ne? Ja genau, dann muss ich dir auch helfen bei dem Umzug und dann passt das. Das war jetzt genug Verwirrung für die Zuschauer. Yay! Ja, und Tracy ist auch verwirrt. Gut, dir tanzen wir erst nachher vor, Tracy. Chaos, Hacker, Kravil von dir. Yay, sie tanzen für mich! Yay, Kravil! Ach, halt, ich hab noch mehr. Yay, noch mehr Kravil! Ja. Ein ganzer Stuck. Ein ganzer Stuck. Cool. Ein ganzer Stuck. Dann kriegen wir den Platz zumindest fertig. Wow! Aber wir können die Zuschauer beruhigen, Chaos, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir es diese Woche noch hin, was meinst du? Dann vielleicht nicht so wie ursprünglich für heute vorgesehen, sondern als normales Video. Ja, ich denke. Schaffen wir vielleicht die Woche, ne? Also es zumindest aufzunehmen. Genau, also ich bin ja durch meine Prüfung ja Gott sei Dank durch. Ja, dann dürft ihr jetzt alle dem Chaos übrigens gratulieren. Er ist jetzt ab sofort IT-Dingsbums. Ihr dürft auch so, herzlichen Glückwunsch zum IT-Dingsbums. Ja. Ja, genau. Genau. Er freut sich darüber. Schickt ihr alle eine PN oder Kommentar unter irgendeines seiner Videos. Am besten unter das, was er nächste Woche rausbringt, wenn er dann mal nächste Woche wieder ein Video rausbringt. Okay, ich muss das, ich muss das gerade sagen. Ich habe die Woche... Wegen dem Zaunfall. Ich muss das gerade sagen, ich habe die Woche auch noch kein Video gemacht. Ich muss ja gestehen, ich gebe mir Mühe. So. Ja. Ja, die, die, also IT-Dingsbums trifft es ja schon mal ganz gut, weil wenn ich das voll ausspreche oder so, das wird ja alles zusammen, das ist ja jetzt viel zu lang mittlerweile. Ja, okay, mittlerweile, aber im Prinzip bist du... IT-Futzer. ... hast du auch denselben Beruf gemacht wie ich, nur ohne Kaufmann, ne? Ähm. Die IT-System-Kaufleute müssten doch auch mit dir zusammen Prüfung gehabt haben. Ähm, nein. Nicht? Okay. Nein. Nicht, dass ich wüsste zumindest, weil, also der, ähm, ich habe ja, also für die, die es jetzt wissen und möchten und, äh, die haben einfach keine... Ja, der Wahl, die müssen sowieso zuhören. Genau. Ja, ähm, meine letzte Prüfung war ja die für den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und, ähm, mitgemacht zur Prüfung haben nur die, äh, Fachinformatiker für Systemintegration. Weil mit denen hatte ich zusammen Prüfung als Kaufmann. Kann natürlich auch sein, dass das einfach so viele waren. Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich das denn nicht mitgekriegt habe. Okay, zeitlich ist das sowieso alles, äh, am selben Tag. Immer, weil es ist ja derselbe Grund, der Kernberuf ist ja der gleiche IT. Mensch. Ähm. Nein, keine Angst. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ähm, aber, ähm, ja, Glückwunsch zur bestandene Prüfung. Du hast sie sogar besser bestanden, als ich meine. Applaus, Applaus, Applaus! Jetzt müsste man eigentlich so, äh, einen Sound einfügen, der dann so applaudiert. Ja, klar, machen wir noch mehr Arbeit. Ich will das Handeln, dann klatschen. Ja, ich will. Sofort! Mach es los! Hm, Holztufen dürfen ja verwendet werden. Holz, alles. Okay, cool. Und als Innendeko darf sowieso komplett alles verwendet werden, was zeitlich irgendwie reinpasst. Optisch. also ich werde auch so einen Schreibtisch bauen weil passt im Dorfzentrum muss ich sagen so ein Pult, so ein Schreibpult Welche Version hat denn eigentlich Tech Ich glaube es ist auf der gleichen Version wie es muss auch derselben Version sein wie Minecraft, weil es ist ja genau das gleiche drinne bis auf Soundcraft Stimmt, ja also muss eigentlich das gleiche drinne Achtung, es zischt Ich trinke mal schnell einen Schluck So, ich tu mal in die Holzkiste mal ein bisschen Mammutholz was ich gesammelt habe falls es einer verwenden möchte Also bin ich Danke, danke Bin ich der Meinung, dass das eigentlich auf demselben Stand sein müsste Okay So, warte mal Ich muss mal gerade testen hier So, was hatte ich jetzt hier noch vor? Ich hab's wieder vergessen Ähm Hm Deine Fackel, deine Fackel damit es heller wird Ja Ich fange dann schon mal an mit Stein Jetzt muss ich gerade überlegen Cobblestone nehm ich am besten Ich hab hier Cobblestone Alias Flavverstein Ich hasse dieses Wort Ja, machen wir anders Ich glaub ich nehm Hayless Holz dafür Das irgendwie geht raus Zack, zack, zack Wird zwar teuer jetzt, aber naja gut So Ne, jetzt Jetzt würde ich gerade Dürfen wir das überhaupt? Weiß ich nicht Wir machen doch nix Schlimmes Ich brauch erstmal ne Kiste hier Ich brauch ne persönliche Kiste Oh mein Gott Nein Was? Nicht du Ich hab mich grad verbaut Hm, das ist immer so Das ist denn nicht so, wie ich es gerne hätte Das ist übrigens ein dekorativer Aspekt Was ich jetzt hier mache Und einfach, weil es anders scheiße aussehen würde Ich will mal gucken Boah, Mann, ihr seid schon so weit Wie, wir sind weit Ich hab noch immer kein eigenes Haus Stimmt Also das nach da Ah, so Cool Das nach da Na, geht das da schon wieder nicht so, wie es soll Dann muss ich das hier wieder rausklopfen Und das wieder reinklopfen Nein Na, von hier aus, glaub ich Ich würde sagen, von hier aus Nein Ne, ne, von hier an dann an die andere, glaub ich So rum? Nö Warte mal Dann mach die mal da weg Ich bin mir sicher, das geht über Eck Ja, ja, geht auch Ich weiß muss nicht mehr wie So, also Das soll nach Oh, das sieht aber gut aus Da Da Hä, was, wo? Nein Was, äh, ihr da baut Ich krieg das nicht hin Ich bin, bin zu blöd dafür Darf ich das mal testen? Du darfst das gerne testen Ja, fast So Genau So, wann, hä? Was, was machst du denn? Ich darf's jetzt gerade richten, ja Ja Du darfst das jetzt richten Du hast das hingekriegt, also darfst du das jetzt richten Samt Deine Aufgabe Das wird der, ähm, Abfluss Also der, die, die, die Straßendingsbumsens Die Rinne Die Rinne Die Pissrinne, genau Na, ganz toll Das soll die Pissrinne sein Ja, nicht, nicht für Pipi Sondern für Abwasser, was auf der Straße rumfließt Pipi, kippst du einfach im Fluss Es will auch, es will auch, es will auch machen Wenn du das so hinkriegst, wie der Chaos Dann darfst du das gerne machen, wenn du möchtest Ja, komm her Also, schattet So Tada Ja, da sind noch mehr Ecken Chaos Da Ja, Tracy möchte das doch machen Ich hab's dir nur erlaubt, wenn sie das so hinkriegt wie du Ich bin hier bloß der Anweisungsminister Ich bin nicht der Bauminister Anweisungsminister? Anweisungsminister klingt lustig Ja, ne? Finde ich auch Wer ist das hingekriegt? Ne? Den sitzt du nicht Du musst einfach an der entsprechenden Ecke dran klicken Ja, welche Ecke? Ja, das ist manchmal so So schwer ist es doch gar nicht Tracey kriegt das auf Anhieb hin Fast richtig, Tracy Hier am besten so, dass der Dingsbumsies Hat endlich aufhört zu regnen Tracey Guck mal hier an der Ecke Da am besten Wenn's geht, so wie bei mir Äh, wie bei mir So Äh Äh, Chaos Ach da, ah, ok Ok, ok, ok Hier, 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 hier Ich grab's grad einen halben Ladefehler von dem Block Ähm Der hier, der, der, der Steinblock hier, wo ich stehe Hm? Die innere Kante der, der Rinne Die nach oben geht Ja Die war nicht vorhanden Die Grafik Ich konnte da durchgucken Und hab den Sandblock dahinter gesehen Irgendwie lustig, guck mal Der hat hier ne Kurve in so ne Ecke gebildet Ja, der hab ich auch so hingesetzt, dass das macht Ja Ja, siehste mal Hey, 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 was hat denn da für einer verbaut? Hier, zack War ja nicht fertig Zack Tada Fertig Tada Yeah Tracy, das muss ich wieder lernen Yeah Ja, cool So Ja, schick Das heißt, der erste Teil der Anbindung ist schon mal fertig Also Ähm, aber mal eine Sache Ja, andere Sache Sollten wir um den Baum nicht ein bisschen grün machen? Weil er sieht irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht So unnatürlich aus Ja, wollten wir eigentlich auch machen, oder? Lässt sich erledigen. Also, dass man... Ich gehe mal schnell Schippen basteln. Ja. Denn dafür brauchen wir ja Schippen. Also, eigentlich, ich weiß nicht. Also, ähm, äh... Es ist fast im eigentlichen Reglement vorhanden. Dass man nur Sachen mit dem abbauen darf, wofür es gedacht ist. Aber? Ja, ich weiß nicht, ob wir das machen. Ob wir uns da so explizit dran halten? Hm. Haben wir doch irgendwo Sand rumfliegen? Erde? Jo. Dirt. Dirt haben wir noch. Mängig. Dirt. Genau. Dirt. Das wird dann nicht grün, ne? Ja, dann... Ähm, ja. Stimmt wohl. Ja. Doch, Würz. Pass auf. Tü-hä. Mit viel Zeit und Mühe wird einfach... Tü-hä. Das klappt schon irgendwann. Weg mit dir. Kusch. Kusch. Mach das auf der anderen Seite auch nochmal, da geht's damit zu schnell. Genau. Wenn wir Glück haben. Wir machen's einfach. Schließlich, schließlich haben wir auch keine andere Möglichkeit. Hey, das sieht cool aus. Hä? Was? Achso. Ja, das verschwindet ja auch. Auch mehr Zaun! Du musst so welchen bauen. Ist denn in der Mixkiste nix mehr drinne? Da sind nur noch 10 Zäune. Ja. Äh, da. Genau. So. So, hab ich den noch. Was braucht denn der Chaos da hinten? Mal Chaos gucken. Hallo Chaos. Hallo. So. Das ist das teure Fichten. Na, passiert dem Baum auch nix. Hiiii, schön. Guck mal, Chaos hat sich ne eigene Workbench gebaut. Der will nicht mit uns spielen. Ich hab auch ne eigene. Der will nicht mit uns spielen. Ja, und macht hier sowieso hier voll auf Polo, ja? Mit Birko und sowas. Da hat sie doch seinen eigenen Wald gepflanzt, guck mal. Der böse Chaos. Naja, ja, ja, ich bin ja böse. Ich bin schon wieder böse. Ja, bist du. Oh, die Fichten lächeln mich so an. Holst sie ab, hau, sie kaputt. Darf ich? Ja, wenn du welche brauchst. Ja. Töten. Eigentlich willst du es nur machen, um dich zu ärgern, aber egal. Ja, ich weiß. Nein, ich brauche wirklich Holz. Brauchst du Planken oder brauchst du das Rohholz? Äh, Planken. Ich hab von denen ganz viel Planken aus Versehen gemacht. Was welche von mir haben. Ja, warte, ich kill grad noch den einen Baum, dann komm ich. Deiner Kiste. So, über was kann man noch faseln? Chaos, los. Überlegt hier was. Hm, aber was könnte man noch faseln? War hier nicht irgendwo da? Hast du denn schon erwähnt, dass du auf der Gamescom sein wirst? Äh, war das nicht schon erwähnt, dass wir beide auf der Gamescom sind? Weiß ich nicht. Im letzten, in der letzten Aufnahme? Ja, weil ich war nämlich deprimiert. Genau. Dass ich nicht entkante. Und wir sind ja nicht nur auf der Gamescom, wir sind ja auch auf dem YouTube-Day. Genau. Das hatte ich ja schon gesagt. Markeos zum Anfassen. Quatsch, touch. Mich darf nur einer anfassen, das ist meine Frau. Was ist ja eigentlich, dass, ähm, die eigentlich mal geplant hatte, einen Eye-Touch für Kinder rauszubringen. Das sollte dann heißen, dass Eye-Touch-Kids. Echt? Ohne Ernst? Aber sie haben es nicht wegen der Namensgebung reingelassen. Alter, nein. Man kann sich auch, ouch. Ich hatte eine Idee, ich weiß bloß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich will eine Treppe bauen. Eine Treppe? Eine Treppe. Eine Treppe als solches ist ja eigentlich nicht das Problem. Wir haben kaum noch Birkenholz, äh, Eiche meine ich. Hm, ist auch nichts mehr drin, ne? Nur eine Stufe, die brauche ich auf jeden Fall. Ähm, ich bin schon zu leise am Ringen. Wie geht das eigentlich?